Das ist gar nicht. Man schafft das doch gar nicht. Scheiße. Das ist so verdammt laut, ey. Mann, warte kurz. Wo fang ich jetzt an? Okay, hier ist ja nicht so schlimm. Jut, äh. Fuck, Alter. Dreh dich halt wieder um. Tschüss. Ich geh dann mal. Oh Mann. Es erfordert so krasse Konzentration, wisst ihr? Spaziert mal schon mal runter, Jungs. Ich guck safe und dann muss ich... Hey, ne. Okay, okay. Okay, okay. Nein. Ah, kacke. Man packt es nicht so. Oh Mann. Mann. Nein, ich bin tot. Oder? Ja. Hat ja noch genug Zeit gehabt, oder? Na, aber locker. Aber nicht. War noch voll viel Zeit da. Ach, Mann. Kommt. Nein! Komm, lauft. Komm, lauft. Scheiße. Ey, es tut mir gerade so leid, dass ich so gar nicht rede. Aber das Secret macht mich gerade ein bisschen fertig. Oh, Mann. Jetzt war ich so langsam an irgendeiner Stelle. Ich darf die Vögel einfach nicht verscheuchen. Das war gerade der Fehler. Das war gerade einfach der Scheißfehler. Es ist so fucking laut. Ich höre mich selber kaum, ne? Muss ich ernsthaft warten, bis ich, bis sie ein Stück zurück... Ja, ja. Ich bleib ganz ruhig. Ich bleibe ganz ruhig. Also. Jetzt wissen wir, wie es geht. Oh, Mann, nein, nein, komm mit. Das... Okay. Uh-huh. Oh. Ich spring halt hier rein. Oh Mann, Leute, es tut mir leid. Oha, was ist denn jetzt? Erstmal lesen und dann schauen. Achso, das ist eine Karte. Das sind sechs Kammern, oder? Die sind alle relativ einfach. Das geht noch. Da hinten ein symbolischer Scrap. Der ist ja echt nur symbolisch. Finde ich gut gemacht. Spicern und weiter. Oha. Ja komm, wir fangen hinten an, würde ich sagen. Oh. Falscher. Na. Alter, jetzt ist es auch gut hier. Spring halt da rein. Danke. So, wir fangen einfach mal ganz dort an. Ich weiß gar nicht, würde es eins, zwei, drei, vier, oder? Ich weiß gar nicht, welche Rennfolge das ist. Werden wir ja gleich sehen. Da oben ist ein Scrap, aber eine rote Kugel. Da ist noch einer. Mit dem würde ich nach... Wenn ich mit dem Brunnen gehe, würde ich nach oben kommen. Könnte ich da... Nee, wäre ich tot. Wenn ich dann da lang renne, wäre ich tot. Moment, Moment. Da ist nichts. Keine Bodenplatten. Ja, ich könnte ihn höchstens hier runterlocken, gell? Ja, das wäre die... Schade. Ach, ich bin so doof. Ich mache es mir so schwer, ne? Oh, ich bin auch trottelig, ey. Ist der Wahnsinn, wa? Kacke. Ich kann ja einfach einen auf... Rambo machen und hier... Das war ein Fehler. Nein, war es nicht. Genau. So, ich hoffe mal, du läufst jetzt nach links, ja? Oder? Bitte? Nach rechts, meine ich. Rechts ist der, wo der da links ist, oh man. Nein! Da ist ja auch eine Kugel, aber... Wir können... Höh? Achso. Ich glaube, ich weiß. Äh, lol. Jetzt kommt noch niemals ein anderes Bild. Äh, lol. Habe ich mir jetzt verbaut? Gut, genau das wollte ich nur bezwecken. Aber be... Wieso bekommen wir das nicht zu lesen? Hä? Oder habe ich das einfach nur übersehen? Ich check's grad nicht. Kein Plan. Jut, die Tür unten ist offen. War einfach. Ich habe mich nur ein bisschen blöd angestellt. Wie immer halt. Ne, also ich musste halt... Haben wir das gelesen? Das... Das... Gab's ne... Gab's so eine Informationskugel, wo drin stand, dass... Sie sich eher bekämpfen, als mich zu fressen? Weil so ist das ja auch. Ich check's grad nicht. Auf einer von denen. Äh, das ist... Das war tricky. Das war total schwer, weil... Der Typ jetzt am nerven war. Der rennt glaube ich auch immer. Ja, der rennt. Der rennt auch immer. Hm. Bisschen Problem, mein Freund. Weißt du das? Äh... Tatsache. Jetzt... Würde ich nur warten wollen, dass er... Genau hier rüber und dann zurück, bitte. Bitte. Ich danke dir, mein Freund. Zu langsam. Du bist eindeutig zu langsam. Oh. Das war knapp, ey. Mann, Mann, Mann. Komm. Hau ab. Kusch dich. Geh weg. Lauf. Braav. Ey. Man hätte mir früher sagen können, dass ich da hinten rauskomme. Äh, so da drüben auf der anderen Seite. Und nicht... Hinten oder oben. Also muss ich einfach nur... Toll, ist ja easy. Easy. Na komm, lauf halt. Lauf halt. Ja. Easy gemeistert, würde ich sagen. Wir hätten es ja auch... Ungefähr geschafft, wenn ich jetzt nicht da drüben rausgekommen wäre. Ich wusste das doch nicht. Ich kenne das Spiel zwar total gut und kann mich auch an jeden Abschnitt immer so halbwegs erinnern. Aber so komplett kenne ich es halt nicht. Also alles auswendig, meine ich damit. Hier kommt gleich, glaube ich, irgendwo ein Secret. Lass mich kurz hinten. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Nein. Danke. Nein. Äh, da 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 da. Da ist Türnummero... Ausgang. Ja, Nummero Ausgang. Wobei sterbe ich jetzt? Nein. Au. Eine rote Kugel, ein Scrap. Ja, ja. Ihr macht natürlich eine Gegendet. Fertig. Wenn ich jetzt hier runterfall komplett, würde ich sterben. Deswegen lassen wir das. Hä? Okay. Na dann würde ich sagen... Ab in den Bründ. Trifft. Na, schade. Egal. Flop. Flop. Toll. Toll. Super witzig. Ich will. Ja. Ey, toll. Wenn ich dagegen haue, falle ich runter. Ist ja... Echt geil gemacht. Auf, auf! Na gut, das war ja nicht so schwer Ne, das war ja noch relativ Gedimselt Ja, das ging ja noch Ich hab mir das jetzt voll Schwieriger vorgestellt Ja, übertreib halt Ich find die Musik so genial Wie dasselbe in grün, oder? Auf, auf Wow, das war knapp Das war knapp Hätte er mich fast zuerst erwischt Oh, oh Ja, super, ne? Wir kommen ja einwandfrei durch, würde ich sagen Das läuft ja richtig gut Klar, beim Secret immer Also beim Secret gerade Gab's ein paar Probleme Aber das ging ja dann auch noch relativ fix Vonstatten So, damit wäre Kammer 1 geschafft Das ist gut Das ist sehr gut Machen wir einfach mal hier weiter Ich sag mal so Tief nach unten fallen ist immer gut Yay Okay Das war nichts Da unten ist erstmal nur Flitsches und so Ein paar Scrabbies Oha Ich wollt Hä, lol Wie soll ich mich da hoch Achso Hä Achso Ach Okay Hier kann ich noch gar nichts machen Hier ist Unsichtbarkeit erfordert Das weiß ich noch Ich hab mich noch mal hier Das weiß ich noch nicht Wie soll ich noch nicht Ich hab mich noch nicht Vielen Dank.